Guten Abend, herzlich willkommen hier beim Schleswig-Holstein-Magazin am Sonntag. Wenn Mitglieder der beiden verfeindeten Motorradbanden Hells Angels und Bandidos aufeinandertreffen, dann wird anscheinend kein einziges Wort gewechselt. Es wird sofort zugeschlagen und gekämpft mit allen möglichen Waffen und völlig ohne Regeln. In der vergangenen Nacht kam es auf der Autobahn 7 nach einem Motorradunfall zu einer schweren Schlägerei zwischen den beiden Banden. Der Krieg scheint zu eskalieren. Was vergangene Nacht auf der A7 bei Flensburg geschah, sah für die Polizei zunächst aus wie ein normaler Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer schwer verletzt, von einem Auto angefahren. Kurz darauf stellt sich jedoch heraus, der 24-jährige Motorradfahrer gehört zu den Bandidos. Anschließend kommt es zu einer Schlägerei mit Schlag- und Stichwaffen zwischen weiteren Mitgliedern der Rockerbande und Hells Angels-Sympathisanten. Bilanz, drei Schwerverletzte. Inzwischen hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen aufgenommen und fahndet landesweit nach dem flüchtigen Pfarrer. Das Landeskriminalamt ermittelt immer dann, wenn schwere Straftaten im Raum stehen. Hier handelt es sich bei den Betroffenen um ein Mitglied der Bandidos. Und die Bandidos sind für uns ganz besonders interessant. Immer wieder kommt es zu brutalen Revierkämpfen zwischen den Bandidos und Hells Angels. Es geht um Macht und Märkte für Drogen und Prostitution. Seit einigen Monaten versuchen die Bandidos in Schleswig-Holstein Fuß zu fassen und die Hells Angels kämpfen dagegen. Was die Polizei noch an der Unfallstelle kurz nach Mitternacht nur vermutete, wollte sie heute nicht bestätigen. War es ein Hells Angel, der den Motorradfahrer der Bandidos absichtlich angefahren hat? Der genaue Ablauf, was in der Nacht genau passiert ist, das können wir noch nicht sagen, das können wir noch nicht rekonstruieren. Da sind die Kollegen noch dabei und ermitteln und werten auch aus. Derzeit werden auch Zeugen befragt, Spuren gesichert und so weiter. Neuneinhalb Stunden hat die Polizei die Autobahn für die Spurensicherung gesperrt. Kein Hinweis auf einen zufälligen Unfall heute Nacht auf der A7. Schweren Schlägerei zwischen den beiden Banden. Der Krieg scheint zu eskalieren. Was vergangene Nacht auf der A7 bei Flensburg geschah, sah für die Polizei zunächst aus wie ein normaler Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer schwer verletzt, von einem Auto angefahren. Kurz darauf stellt sich jedoch heraus, der 24-jährige Motorradfahrer gehört zu den Monaten Versuchen, die Bandidos in Schleswig-Holstein Fuß zu fassen und die Hells Angels kämpfen dagegen. Was die Polizei noch an der Unfallstelle kurz nach Mitternacht nur vermutete, wollte sie heute nicht bestätigen. War es ein Hells Angel, der den Motorradfahrer der Bandidos absichtlich angefahren hat? Der genaue Ablauf, was in der Nacht genau passiert ist, wenn schwere Straftaten im Raume stehen. Hier handelt es sich bei den Betroffenen um ein Mitglied der Bandidos. Und die Bandidos sind für uns ganz besonders interessant. Immer wieder kommt es zu brutalen Revierkämpfen zwischen den Bandidos und Hells Angels. Es geht um Macht und Märkte für Drogen und Prostitution. Guten Abend, herzlich willkommen hier beim Schleswig-Holstein-Magazin am Sonntag. Wenn Mitglieder der beiden verfeindeten Motorradbanden Hells Angels und Bandidos aufeinandertreffen, dann wird anscheinend kein einziges Wort gewechselt. Es wird sofort zugeschlagen und gekämpft mit allen möglichen Waffen und völlig ohne Regeln. In der vergangenen Nacht kam es auf der Autobahn 7 nach einem Motorradunfall zu einer... ...Bandidos. Anschließend kommt es zu einer Schlägerei mit Schlag- und Stichwaffen zwischen weiteren Mitgliedern der Rockerbande und Hells Angels-Sympathisanten. Bilanz, drei Schwerverletzte. Inzwischen hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen aufgenommen und fahndet landesweit nach dem flüchtigen Pfarrer. Das Landeskriminalamt ermittelt immer dann...